Corona-Maßnahmen-Kritiker, die in den letzten Jahren immer wieder friedlich auf die Straße gegangen sind, diffamierte der selbsternannte Politaktivist Sebastian Born-Mena gerne als Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Neonazis. Und ausgerechnet dieser Spalter der Gesellschaft ist jetzt Botschafter der Stadt Steyr. Jener Stadt, die sich seit Jahren als Hochburg des Freiheitsprotests einen positiven Namen gemacht hat. Am Freitag überreichten SPÖ-Bürgermeister Markus Vogel sowie die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Eva Pötzl, dem OE24-Dauergast, eine offizielle Urkunde, die ihn zum Botschafter der Stadt Steyr gehört. Doch was bedeutet diese Ernennung für das Image der Stadt? Ist es wirklich klug, eine Persönlichkeit auszuzeichnen, die in der Vergangenheit keine Gelegenheit ausließ, Andersdenkende zu verunglimpfen? Für viele stellt sich die Frage, ob es tatsächlich von Vorteil für Steyr ist, jemanden zu ehren, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Gesellschaft in Gut und Böse zu spalten. Könnte diese Ernennung langfristig das Ansehen der Stadt schädigen und die Spaltung weiter vertiefen? Vielleicht sollten Bürgermeister Vogel und Frau Pötzl noch einmal überdenken, ob eine Person, die so unverblümt andere diffamiert hat, wirklich als Botschafter für eine Stadt fungieren kann. Musik Musik